Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Try, und zwar zu Kaltik. Ähm, ja, äh, was soll ich zu dem Spiel sagen? Ich muss sagen, es ist ein ... Shooter? Der alten Klasse, der alten Schule von 3D Realms und, ähm, ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Ich drücke mal Enter und würde sagen, ich gehe mal einmal in die Einstellung, ich mache mal ein bisschen ... Ich mache mal ein bisschen leiser. Ähm, nein, das Spiel ist von 3D Realms und, äh, einigen sagt das wahrscheinlich was, es ist eine ganz alte Spielschmiede, kann man schon fast sagen. Und, äh, ich habe das Spiel bekommen, die Grüße gehen raus an 3D Realms und, äh, ja. Es ist ein Spiel mit Pixel-Look. Ja, ihr wisst selber, ich mag so kleine Indie-Games und Pixel-Games und ihr wisst, ich feiere das immer sehr, sehr gerne. Es gibt einen Survival-Modus, was auch immer das ist, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen ein neues Spiel. Und, ach so, warte mal, geht es auf Deutsch? Gameplay. ES, lalala, Show-Timer. Audio, Video. Visibilities. Ich glaube nicht, dass es auf Deutsch geht. Sieht nicht so aus. Büro-Settings, lol. Controls, okay, alles klar. Gut, ich würde sagen, egal, wir machen ein neues Spiel. Wir machen einfach den Standard-Monus. Standard-Difficult ist ein guter Startpunkt für Spieler, die nicht familiar sind mit Retro-Shooters. Ja, ich würde sagen, let's go. Retro-Shootern kenne ich mich aus. 3D Realms presents A game by Jason Smith A- á- á- á, a- gi- A- á! B- Das Grab. So, und da wären wir auch schon. Und holy shit, wie geil. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Da kommen alte Erinnerungen hoch. Das ist ein Leichenberg. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben tatsächlich... Es hat irgendwas mit dem Kult zu tun, klar, logisch. So. Okay, press F. Ja, puhr Bastard. Okay, press F. So schnell konnte ich jetzt gar nicht lesen. So, wir können schlagen. Alles klar. Und sogar aufladen und schlagen. Das ist krass. Mit T haben wir, glaube ich, ein Feuerzeug. Es geht um irgendeinen Kult, um vermisste Personen und so weiter. Und bin sehr gespannt, wie es ist. Press C zu Crouch. Okay. Oder hold while running to slide. Ach, krass. Kann ich das umstellen? Warte mal eben. Kann ich das Rutschen umstellen? Äh... Crouch Tuggle? Nee, run würde ich gerne. Wieso gibt's das nicht? Wieso muss man das immer... Naja, egal. So, holding C when you're from landing. Okay. Ach, krass. Wenn man von höheren Dings springt, dann kann man mit C sich abrollen. Solange das bei mir funktioniert. Boah, die Musik ist schon richtig gut. Ja, und wie das auch immer so ist bei... Ähm... Wie das immer so ist bei Try-Folgen. Ich spiele so lange, wie mir das gefällt. Und stelle euch quasi das Spiel vor. Also mindestens eine Folge wird's immer. Ne? Genau. So halbe Stunde mäßig. Diese Tür ist nicht ört. Anywhere. Okay. Check. Es gibt keine Chance, dass ich das örtet werde. Okay. Gut, ich glaube, wir müssen zu dem Mönch da drüben. Äh, genau. Bei Try ist es so, ich spiele so lange, wie ich lustig bin. Es kann auch einfach abrupt enden. Oder halt, ich beende einfach die Folge irgendwann und sage, ja, das reicht jetzt auch. Aber hier wird man, glaube ich, kein vollwertiges ganzes Let's Play davon sehen. Denn es sind Spiele, die ich euch vorstelle, die ihr selber quasi kaufen sollt und dann spielen sollt, falls es euch gefällt. Du küsst richtig Bamm. Junge. Alter. Wie gut. So, dann schreiben wir mal unseren Text, ne? Liebes Tagebuch. Heute habe ich Mönche erwischt. Oh, was ist mit ihm denn? Will er nicht? Lol. First Aid gefunden. Juhu. Aber ist ein bisschen, die Musik ist ein bisschen laut und das Ding ist leise, ne? Sound, warte mal, wir machen mal Sound ein bisschen lauter. Und die Musik mal ein bisschen leiser. Ja, das ist, glaube ich, schon ein bisschen besser, ne? Die Musik soll ein bisschen im Untergrund fieseln. Hier ist irgendwie so ein Pult-Symbol. Oh, Alter. Ne Knarre. Handgun, Headshot. Okay, wir haben sogar eine Headshot. Okay, kann ich nicht mitnehmen? Wir sind gehealt. Ein Feuerfass. Da waren wir nochmal eben. So, was haben wir hier Schönes? Check, da kommen wir nicht rein. Da ist was richtig Geiles. Die Store ist stuck. Aber da gibt es irgendwas drin. Ich frage mich, wie man da reinkommt. Oh. Oh. Alter, man kann sogar die Äxte werfen. Alter Schwede. Öh, das sind zwei. So, bam, Junge. Was ist los mit euch? Found a Headshot. Yeah, nice. So, ich gehe ein bisschen vorsichtiger bei dem Spiel vor. Ihr wisst selbst, wie die alten Klassiker so sind. Ah, guck mal. Da wartet einer auf dem Klo. Auf uns. Und wieder eine Headshot gefunden. So, sehr schön. Ich mag den Stil, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Da waren wir nochmal eben. Sind das... Sind das Zellen? Ich wollte gerade sagen, das sind doch Zellen, ne? Die Musik ist echt cool. So. Was haben wir denn hier? Oh, Munition. Solange wir Munition sparen, ist immer... Oh, Alter. Willst du mich verarschen? Leck mich fett. Leck mich fett. Leck mich fett, Alter. Du kleiner Schlingel. So, ich gehe erstmal da lang. Schauen wir mal. Oh, warte mal. Ich... Guck mal, dass ich das... Das Crouchen doch Tackel mache. Always Run heißt... Nee, Always Run ist doof. Always Run ist... Ist... Ist blöd. Nee. Ähm... Gib Timer, Show Tooltips, okay. Nein, ich möchte gerne, dass das hier zum Umschalten ist. Some parts of the environment can be destroyed. Ach, geil. Oh, Alter Dynamit. Lol, Dynamit can be a little from... Selection in from the Arsenal. Ach, krass. Man kann das also... Das wird interessant. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ich spiele so lange, wie es mir gefällt. Und wo ich der Meinung bin dann, dass man dann... Aufhören sollte. Oder kann. Ich frage mich, ob die Headshot auch irgendwann kaputt geht. Okay, das geht nicht. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, noch der. Oh, noch der. Warte mal. Wie funktioniert das? Lightning, okay. Äh... Ich muss das... Ich muss das... Oh, Alter. Oh, was ist denn hier für eine Party? Oh, moin. Alter. 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 Was war das denn für ein Move? Alter. Oh, den hab ich voll den. Hahaha. Kommt ruhig rein. Ich warte auf euch. Meine Freunde. Bam, Junge. Ach, schade. Wird ja funktionieren können. Okay, bisschen Medipack. Ich würd mal hier draußen erst mal gucken, bevor wir oben weitergehen. Was ist mit ihm? Will er nicht. Alter. Der ist ja heftig, ne? Okay, da muss ich mir ein bisschen... Da muss ich mir ein bisschen was aneignen, dass ich hier... Viel Journal. Ich bin Christopher Holloway. 1 a.m. Private Investigator looking into a disappearance of... Attilian Civilian at the request of her... ...parents. Okay, this is my personal Journal. If you find this, something has be likely happened to me. Deliver these notes to the... Autoriteres. Okay. Katelyns Folk sings, she's just run off. Mr. Sullivan has been suspecting of... Getting, talking... Okay, auf jeden Fall sind wir irgendwie... Wir sind also unser... Also er, der das geschrieben hat, heißt Christopher Holloway. Er hat das um 1 Uhr nachts irgendwie geschrieben. Private Investigator ist er. Und er guckt nach einem vermissten... oder nach der vermissten... Kathleen Sullivan. Und... Ich werde nicht alles übersetzen. Ich bin ja nicht so im Englischen... des Englischen mächtig. Ihr wisst es ja, ne? Rap? Lol. Ach krass. Gut zu wissen. Moment. Aha. Ist da auch was drin? Oder ich frag für nen Freund? Anscheinend ja nicht. Bisschen Medipack wäre geil. Ach, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Na, arme Seele. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier weitergeht. Es könnte hier weitergehen. Aber ich würde sagen, ich gehe mal erstmal... Aber wer sind wir denn? Dann sind wir auch Private Investigator? Oder wer sind wir? Äh, ducken? Na, hier ist doch einer drin. Ich weiß doch genau. Oder auch nicht. Lol. Ach krass. Man kann sogar Gegenstände werfen. Das ist ja witzig. So. Liebes Tagebuch. Heute habe ich Kaltik gespielt. Mein Freund. So. Ding. Oh, warte mal. Wir können nicht... Oh, das ist bestimmt ein Easter Egg oder so. Oder irgendwie ein... ein Collectible, wenn man die ganzen Schreibmaschinen komplett benutzt. Wir haben die eine nicht komplett benutzt, ne? Ich würde das mal ganz schnell machen. Das war ja nicht weit. Einfach just for fun. Haben wir die komplett benutzt? Doch, haben wir. Okay. Wahrscheinlich kriegt man da irgendwie ein... ein Goodie oder so. Würde ich verwetten. Äh... Wo ging es jetzt nochmal? Ach, da. So. So. Haben wir die aufgeräumt? Der Leichen... Der Leichenweg hier von uns. Wenn hier einer hinkommt, der denkt auch, was ist denn hier los? So. Wir müssen in die Richtung. Verlaufen mich... Ohne... Ohne Spaß. Äh... Keine Ahnung. Ich würde mich auch in einem viereckigen Raum verlaufen. Alter. Was haben die denn hier gemacht? Was ist denn hier los? Okay. Ein paar Gegenstände ploppen noch auf. Das könnte man noch fixen. Das ganze Spiel gibt es übrigens auf Steam. Äh... Kostet glaube ich aktuell 9,99 Euro. Glaube ich zumindest, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich hoffe jetzt hier kein Scheiß. Ähm... Ja. Wie gesagt, von 3D Realms... Und von... Jason... Jason Smith glaube ich ist es. Ich... Ich weiß nicht, ob es nur einer ist, der das gemacht hat. Hat auf jeden Fall eine sehr geile Atmosphäre, muss ich sagen. Und kommen so richtig Erinnerungen hoch. Mega gut. Ich hoffe, ich kriege die Folge heute noch... Heute noch fertig geschnitten. Was ist denn hier los? Hör auf! Hör auf mich zu bewerfen! Bäm! Headshot, Alter! Oh, Action Rifle haben wir bekommen. Nice! Eine Action Rifle? Heißt das also, wir haben jetzt eine... Eine Action Rifle? Oh! Wollte ich gar nicht. Alter Ja, man muss bei diesem Spiel immer vorsichtig sein Ich weiß gar nicht, wie das mit Speichern hier ist eigentlich Oh Ernsthaft Sollte mal als TNT benutzen, ne? Vielleicht eine gute, äh Hier für euch Haha Bam, Junge Bam, Junge Ja, Mann Wer will nochmal, wer hat noch nicht Da fliegen die Gedärme So Man, kann ich jetzt mal in Ruhe hier gucken? Oh, ich werde das nie vergessen Das erinnert mich auch ein bisschen so vom Grafikstil Ich habe damals auf dem War das auf dem Amiga? Oder war das auf dem PC schon? Ich glaube auf dem PC Old Ist es Old West? Irgendwie so ein Western-Shooter Gespielt In so einem Look Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß Das war auch mega gut Und die Outlaws Outlaws, glaube ich, hieß das Oh, das war richtig gut Das habe ich sehr, sehr gerne gespielt Da oben steht doch einer, oder? Wollte schon gerade sagen Ich hätte gerne einen Sniper So Mal gucken, was ist hier oben? Früher, früher gab es keine Geländer Alter Oh, wir haben sogar einen Körper Das ist ja witzig Geil Ich kann doch niemals die Treppen hochgehen Ach, schade Ich dachte, vielleicht hat da irgendwas gedroppt Oder so Ist da oben hinterm Baum einer? Tschüse mal Alter Hä, wo? Alter, da oben Ernst? Dein Ernst? Sein Ernst? Steht da da oben einfach Und chillt ab Chillt einfach mal sein Lieben Geht das? Ja Okay Oh Das scheint ein Dorf zu sein Oder irgendwie sowas Okay Ich versuche mal hier hoch zu kommen Nee, da gibt es nur Alter, diese Augen Diese Augen So Was haben wir denn da drüben? Soll ich mal die Flinte ausprobieren? Die Flinte ist aber nicht auf Entfernung Ne? Lade nach Lade nach Okay, wenn die jetzt in Massen kommen Ist es glaube ich besser, die Waffe zu haben Anstatt Irgendwie die Axt oder so Ich meine, wir können die Äxte auch werfen So ist das nicht Oh Die verbrennen hier also Leute, ja? Das Prange ich an Das geht gar nicht Was ist das denn für ein Kult hier? Lade nach So Jetzt mal Ruhe im Karton Geht es hier? Alter, hier geht es auch noch weiter Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll Hier gibt es überall Wege Oh, Molotow Oh, give me the Molotow, Alter Das ist gut für Gruppen Aber ich muss es ja anzünden TNT-Combo Okay, erst muss ich es anzünden Aber da unten geht es eh nicht weiter Aber da würde ich auch mal gucken gehen Wenn wir schon einmal dabei sind Das kann ich mir auch gut auf der Konsole vorstellen Das hier Ich mag solche Games Die so ein bisschen so das Retro-Feeling wiederholen So ein bisschen so das Feeling von früher einfangen Und so war das halt, ne? Ich liebe das Okay Schnaps gibt es hier Oder hier Keine Ahnung Sieht so ein bisschen aus wie die Wie die, äh Gedächtniseinfahrt von Outlast Von Outlast 1 Gut Ähm Ja Dann wollen wir mal Neue Runde, neues Glück Weiß gar nicht, ob man mit Controller spielen kann Ich schätze mal schon So, ich geh jetzt erstmal hier lang Checkpoint Okay, hier war Checkpoint drüben nicht Heißt also Ach komm, scheiß drauf Kann ich eigentlich auch schleichen? Geht das? Brav für ein Freund Komm ich gar nicht lang, wa? Doch Alter Dann noch Puh, die haben ja mal gut zugesetzt Aber die lassen gut was, was droppen Ich würde gerne die Kisten jetzt rüber machen Um zu gucken, ob hier was drin ist Aber es sieht nicht so aus Alter, voll der Bagger Der baggert noch so spät Noch am Something blocking the door Warte mal Aha 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 Irgendwelche, irgendwelche Bohnengläser Heute Abend gibt's Bohnen zum Abendbrot So, dann wollen wir den Kult mal hier zeigen, was hier Phase ist Da geht's in eine Mine, das gefällt mir gar nicht Wahrlich noch leben, aber wir leben haben wir voll Verdammt man, es geht in alle Richtungen Ich habe Angst, irgendwas zu verpassen Alter, diese Animationen sind aber auch so gut gemacht Also diese Nachladeanimation Alter Schwede So, da geht's nicht lang Und hier geht's Oh nein, hier gibt's keinen Zug Okay, alles klar Wenn da keinen zurück gibt Würde ich erstmal in die andere Richtung Ja, ihr könnt mich dafür hassen Aber ganz ehrlich Lieber gehe ich zurück Und nimm da alles noch mit, was da ist Anstatt hier irgendwas zu verpassen Ja, weil hier war nämlich auch der Checkpoint Deswegen, dann gehe ich lieber drüben Der Mond scheint hell Und ich bin bereit Bereit, diesen Kult zu zerlegen Ich streifte durch die Nacht Wie ein bändiger Tiger Alles, was mir vor die Flinte kam Und was wie ein Mönch aussah Knallte ich nieder Immer wieder So Wo sind wir denn jetzt hier Achso, das ist der Anfang Oh lol, das ist der Anfang Wir hätten hier auch noch lange gekonnt Das ist ja schön Dass es auch noch andere Wege gibt Ach krass Achso Wusste ich gar nicht Okay, haben wir das auch gesehen Alles klar Nee, dann ist ja alles gut Dann haben wir das ja auch Erledigt Hey Aber what by the way Erstmal Kippchen anmachen So Wäre halt lustig Wenn man hier so rauchen könnte So War das nicht bei War das nicht bei Bei Duke Nukem so Dass man sich da irgendwie Auf einer gewissen Taste Die Zigarette anzünden konnte Gott ist das echt kultig Das Ja, kalt Kaltig, ne Halt So Wortwitz Aha So, ich würde sagen Es gibt keinen zurück Never back Chat Boyd reached Alter Wir schießen da doch Wir schießen Da schießt ja noch einer, oder? Hat da nie noch einer geschossen? Hua Small-Faced-Aid-Kit Okay Ich frage mich, ob es Bossgegner gibt Okay Oha Alter Warte Äh Warte, warte, warte TNT TNT Nein, Molly Gib mir mal den Molly Ich will das mal ausprobieren Äh Oh, wir brennen auch Okay Das, äh Ging ja doch Besser als gedacht Ich würde sagen Wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder Und, äh Dann spielen wir noch ein bisschen Kaltig Also, macht's gut Bis dann Dann spielen wir noch ein bisschen Kaltig Und, äh